Hallo und willkommen zu einem Infovideo. Ich bin nicht Bipsch, das Skript ist nicht von Annika und Robin hat das hier auch nicht gezeichnet. Ich bin Rabe und ich soll hier so ein Vorstellungsdings für die neuen Projektmitglieder machen, also für Fabian und mich. Fabian ist der neue Mensch, der Animationszeugs für die Videos machen wird, sodass Nu nur noch den Ton machen muss, weil Nu sonst überfordert ist. Also hallo Fabian und danke, dass du Nu davon abhältst zu verzweifeln. Einmal bitte alle Fabian begrüßen. Und ich bin Rabe und neuerdings für das Zeichenzeugs verantwortlich. Ihr werdet in Zukunft also nicht mehr Robins fabelhafte Bilder sehen, sondern meine. Zum Schluss noch ein riesiges Danke und alles Gute an Robin. Also bis zum nächsten regulären Video. Tschüss!